so freunde willkommen zur allianz quest kampf der ritter wir spielen legendär wir sehen meine punkte und wir sehen zum beispiel dass wir hier verbessern können hier verbessern können aber ich habe wenig weltenergieflaschen deswegen versuche ich erst mal auf ein minimum und wenn ich mein score von 21 nicht erreiche mindestens dann muss ich halt nachbessern ja dann mache ich das auch aber wenn ich mit wenig aufwand und wenig weltenergieflaschen durchkomme dann werde ich mir wahrscheinlich das nachbessern sparen außer keine ahnung wir würden jetzt tatsächlich das wunder schaffen und in die top 10 als allianz kommen oder kurz davor sein und es zählt jeder punkt dann würde ich natürlich auch nachbessern alles klar dann kaufe ich auch extra weltenergieflaschen oder machen mit refills das das passt dann schon aber wir versuchen das erstmal so gut wie möglich durchzuziehen das ist mein mein team wilbur geteilter schaden hammerklang ganz geil eigentlich weil der gesamte erledner schaden aller gegner wird für 30 um 30 prozent erhöht ich weiß chili möchte unbedingt hammerklang haben hat ihn aber noch nicht wird noch ja wird noch und ja kohlen elementare die fans da und kagan der ein bums und hier ja ich hatte marianna tun aber nur auf ein ihr witz haben wir geht auf zwei wenn nur einer steht kommt der doppelte hit also ist eigentlich vom prinzip her gar nicht mal so schlecht dann gibt natürlich bessere aber it is what it is also auf geht's tun wir es wir brauchen ganz viel rot und das sind natürlich acht weltenergie das heißt so viele runden muss ich nicht unbedingt spielen ja aber ich will das hier angucke ist sind wir noch nicht im im flow drinnen ich hatte als ich selten gespielt habe da hatte ich fast hatte ich glaube ich drei vier level hintereinander an startenden blauen diamanten zwar schon krass also blau habe ich ja auch in dem also bei einem seltenen video sagt das habe ich mit anderthalb flaschen habe ich das durch gespielt ja ja das das war schon schon ganz gut sondern wenn man jetzt hier wieder überlegt warum warum macht er so was er kann so was machen er hat genug wir also bomben haben wir 1 9 das 2 drachensturm haben wir über 1000 wirbelwinde haben wir nicht mehr viele okay wo sind die denn alle hin müssen wir in der herrschen okay wirbelwinde nicht mehr so viele waren 1158 und das läuft aber wirbelwinde aber nicht mehr so viel ja gut okay müssen wir als nächstes aber wirbelwinde nutze ich eben meistens wenn wenn nur mal einen also von daher wird schon aber das ist gut dann müssen wir wieder wirbelwinde herrscht aber auch mal bei 150 oder sowas das ist ja mythischer titan ja da war ja was das ist halt wenn diese ganzen events hintereinander kommen und du manche items als sehr häufig brauchst sind auch irgendwann größere ressourcen sind dann auch weg 150 wirbelwinde die halten sich bei mir eigentlich also mein sonst so wo brauchst du sie sonst vielleicht bei den ja bei den türmen noch die jucken mich ja nicht jucken mich ja jucken mich nicht so wollte ich es eigentlich sagen kann ja nur bei sowas sein ja wir machen das mal ich will mal ich will mal luki luki machen was hier kommt ja wenn hier noch rot kommt ach schade schade ist ja nett gewesen so nicht mein freund so nicht missfällt mir ich habe mir auch schon abgewöhnt immer auch ein eine ein ein move zu machen um zu gucken ob da eine combo kommt wenn ich sehe dass das halt echt wirklich gar nichts sehen wie an rot da ist ne dann lasse ich das meistens hier könnte man jetzt ich will nur sich auch nicht gelohnt gut dass ich es nicht gemacht habe dass ich teilweise dann auch sofort rausgehe bei sowas also ich meine was soll ich jetzt hier für eine combo machen was soll hier passieren dass eine große combo entsteht und ganz viel rot auftaucht geht nicht kannst du eigentlich auch direkt rausgehen und in der regel wenn ich es offline mache dann mache ich das hier machen wir immer mal noch so eine combo weil du weißt nie kommt irgendetwas ganz verrücktes und dann hat youtube es nicht gesehen besser deswegen so 15 also 16 flaschen noch ja müssen wir mal langsam so jetzt sehe ich hier das gelbe match vielleicht kommt da rot mit hoch nein schade dann brauchen wir den hier eigentlich auch gar nicht mehr machen weil da passiert dann eh nicht mehr ist jetzt auch nicht so geil wenn da drei blaue sind das ist auch schon eigentlich eine blöde ausgangsbasis ich brauche gelbe kein gelben diamanten gelbe gegner guck nur mal aus spaß also gelbe gegner und rotes bord ja wenn man sonst keine wünsche hat okay ist halt hier ein match da ein match und dann weißt du nicht was kommt wir werden hier auch noch nach den nach dem run gucken wir uns auch noch den neuen helden an ich guck mal weil vielleicht kommt hier unten noch ein roter mit aha okay combo ist da schön helden sind nicht voll aber das ist egal aber wir können ja auch einen wirbelwind theoretisch nehmen den würde ich jetzt auch einfach mal machen dann gucken wir mal eben wer sind sogar alle voll sehr schön ja komm jetzt mach nicht so viel combo hallo ich will ich will lass mich machen so ciao wir haben hier irwitz haben wir gar nicht gebraucht könnte jetzt natürlich durch den wirbelwind immer ein bisschen blöd sein 121 geil war gut so guck dir das an zack eigentlich schon fast beim ziel angekommen der ist jetzt bonus das heißt wenn wir den abschließen sind wir bei fast 2-2 ja easy okay jetzt noch ein ein schönes board also das legendäre team das ist jetzt ziemlich gut eigentlich glaube ich jetzt habe ich was gemacht aber ich weiß gar nicht ob ich das überhaupt spielen wollte jetzt ich war jetzt irgendwie im im kleinen hype drin nee ich will nicht spielen jetzt eigentlich oder vielleicht auch doch nee 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 ich verballer jetzt nur items der war nicht gut also der war wohl wahrscheinlich gut um locker 2-1 und sowas zu machen aber ich glaube nicht dass ich die 2-21 verbessert hätte also nicht verbessert sondern besser geworden wäre als 2-21 äh 1-21 sorry 2-21 das wäre ich glaube dann wäre ich der der Event-Gott wenn ich 2-21 mache das wäre was kann man eigentlich irgendwie irgendwie aus Erfahrung schätzen was der maximal score ist im letzten level also was ist der maximale Punkte wert bei Lebensbonus und allem möglichen pipapo der da am ende ist weiß das jemand also wenn da wenn die die Punkteabrechnung kommt das zusammenrechnen was da das jeweilige Maximum ist der einzelnen Kriterien sag ich mal weiß man sowas steht das irgendwo oder hat irgendjemand ein score mal gemacht der bisher ungebrochen ist in der letzten Stufe dann könnte man das ja ungefähr ableiten ob da noch irgendwie mehr gehen könnte oder nicht ich bin mal einmal verschwenderisch mal gucken was geht ah schade ah was trotzdem weil ich sehe eine Kombo hier vielleicht kommt daraus eine andere Kombo hier ein blauer dann ein roter wäre es schön gewesen ich muss Wirbelwinde herstellen habe ich das schon gesagt ja interessant eigentlich nicht interessant eigentlich schlecht aber wir gucken mal weil ich habe ich habe nicht viel Kombo und ich muss noch einen Wirbelwind spielen ich habe keinen keinen Move gemacht aber schon tot wow okay das ist natürlich vom Damage brutal 124 easy und fand ich noch nicht mal gut weil ich wenig Kombo hatte hier das meine ich gibt es hier gibt es hier maximal Scores also Spielbonus Lebensbonus ich habe mir kein Leben verloren also das muss ja eigentlich Maximum Score sein Gegner besiegt eigentlich auch ist es halt hier eine Frage so 2-2 2-2 1-6 haben uns unter anderem ich auf 7 gefragt ich weiß nicht ob aktuell jemand anders noch spielt weil ich habe jetzt selten episch und legendär hintereinander gemacht und wir sind von 11 auf 7 das ist erstmal gut habe ich auch einen kleinen Anteil so ich bin im Moment auf Rang 6 was das angeht bin ich eigentlich erstmal so mit zufrieden Black White geht er auf Top 100 wo bin ich denn wieder 538 das heißt ich bin in der Top 1000 drin den Avatar habe ich schon ja ich denke das ist so das Ziel Top 1000 so als persönliches Ziel Allianz ja also das wäre natürlich Top 10 wäre natürlich edel aber ich glaube nicht dass wir da landen würden ich würde den ja so ein bisschen der ist halt hässlich ne so sehe ich mich auch nicht ich weiß nicht das ist der Hampelmann das ist noch der Denker aber den habe ich ja schon ja wir werden sehen wo wir landen ähm ja ich sag's in jedem Video der 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 sieger steht ja im endeffekt schon wenn man sich so die spiele anguckt steht es schon ist schon fest sind die hier schon drin oder chillen die erstmal noch komplett da das ist mein Favorit dass die gewinnen viele event spieler 11 forever crystal dynamics und so weiter sind da drin wenn ich sogar der großteil davon also von dem was ich so sehe die werden das packen und irgendeinen spieler von denen die ersten fünf sind ja von denen irgendeiner von denen wird das packen ist ja auch alle nah beieinander also hier der ist noch was ist das das vp top oder wie heißen die oder chat das gibt zwei die so sind der ist auch immer da oben mit dabei ne oh level 190 ah start over die sind wieder bei 30 schön 235 ja gut die haben ein paar kleinere accounts dann wahrscheinlich sind nicht alle im krieg drin oder sowas ja ja genau genau gut okay dann gehen wir mal zu dem zu dem helden rüber übrigens an der stelle ähm live stream sonntag 11 uhr ja das nochmal an der stelle so wir haben auch zwei beschwörungen gucken wir mal ist irgendwie ein seltener dazu gekommen epischer ne ist nur nur der neue hier okay den gibt es auch schon als avatar da finde ich den relativ geil eigentlich ja aber den werde ich nicht kriegen weil dafür müsste ich besser sein und da bin ich nicht und hab ja auch keine Lust zu so alva kirschfamilie 1 2 3 helden halten negative status werden durch 40 60 70 prozent angriffsstärkung für drei züge ersetzt also gibst du ihm irgendwie brandschaden dann wandelt er das um in attack up oder ja attack up ganz nett dieser charakter stellt 5% leben wieder her wenn er einen bonus oder einen positiven stapel erhält ja das war so der anfang der reisefamilie mit char und so was die haben das so am anfang gemacht machen das immer mehr leute ne also das ist dann auch event übergreifend und auch teilweise ähm übergreifend von menschlichen charakteren und tierischen charakteren das ist ja völlig völlig alles losgelöst kompletter anarchie wer irgendwelche passiv funktionen hat so verteidigung verstärkt wollte der eher so auf den supporter hin oder würde man dann jetzt erwarten ja mal gucken was da so rumkommt so schriftrolle des neu beginnt okay macht sinn mittleres mana okay ja ist jetzt mittel ist nicht per se schlimm oder schlecht nimmt alle säuberbaren negativen statusänderungen von allen verbündeten und verteilt sie zufällig auf die feinde also das ist ganz gut also wenn du dann naja wenn du gegner hast die brandschaden machen die giftschaden machen ähm dann nimmt er das und schmeißt es auf den gegner rüber also das wird natürlich dann zufällig verteilt es kann auch sein dass ein gegner dann wenn brandschaden ist zweimal brandschaden abkriegt so dass du wenn du fünfmal brand zurückwirfst vielleicht nur vier brennen oder drei wenn das doppelt trifft ja dann überschreibt sich das nur da passiert ja dann nix okay das ist erstmal ganz ganz nett die dauer von negativen statusänderungen wird für alle gegner zurückgesetzt so das ist auch wichtig das heißt wenn du sag ich mal brandschaden für vier züge hast und du hast den jetzt nur noch einen zug na dann kannst du ihn nehmen er wirft das alles zurück und die dauer wird wieder resettet auf vier und das tickt bei dem gegner ist gut ja wenn er dann noch irgendwie so vor allem solche sachen wie zum beispiel konstrukthelden die dann noch diesen zersetzungskern haben die blutungsschaden machen und diesen giftkern also zersetzungskern haben die machen dann blutungsschaden giftschaden das kriegst du erst ab dann kannst du es zurückwerfen wenn du selber so einen helden noch hast gut dann überschreibt sich das aber wenn du dann helden nimmst die irgendwie andere effekte haben noch ein brand oder sowas meinst du was das dann runter tickert da schon nicht schlecht so verursacht 350 prozent schaden bei allen gegnern das ist auch nicht schlecht 350 prozent dafür dass die angriffswerte hier immer steigen ja wird auch 350 prozent irgendwann sehr sehr viel ähm passt also so verteidigung verstärken das ist so eine mischung ja aus im endeffekt ist es auch ein cleaner könntest du fast sagen weil er cleant ja deine eigenen leute und wirft es halt zurück also es ist ein cleaner in dem Fall also supporter mit damage und dann hat er noch was alle gegner werfen vier züge lang statuseffekt boni auf einen zufälligen charakter des gegnerischen teams zurück also das macht er auch noch das heißt alles negative was du hast das wirft er zurück erstmal auf den gegner sofort dann wird die dauer erstmal noch zurückgesetzt sodass der gegner richtig schön da was von hat dann macht er noch den damage zum beispiel ganz gut wenn du einen defense down hast der wirft den defense down zurück der gegner hat defense down nehmen wir jetzt einfach mal an alle gegner haben defense down und dann macht er noch den schaden und danach kriegst du dieses diesen bogen mit dem pfeil da drauf sodass das dann das ist zurückgeworfen so das heißt wenn dann neue sachen kommen in der nächsten runde löst dann keine ahnung irgendein konstrukt hält mit zersetzungskern oder radia oder irgendein asla oder keine ahnung irgendwas mit defense down oder sowas aus dann kriegst du das auch nicht das wird auch noch zurückgeworfen also er ist eine mischung aus cleaner supporter cleaner und supporter ist eins ja und damage macher würde ich primär natürlich angriff und defensive talentieren ist klar würde wahrscheinlich von mir auch einen doppelten limit break kriegen weil ist neu hohe werte kann man auf jeden fall machen würde ich aber auch tatsächlich nur in kriegen und pvp und turniere einsetzen also der ist nichts für events oder türme oder sowas da da kannst du nicht wirklich für gebrauchen also der ist wirklich pvp raids turniere krieg defensive kann der spielen ja offensive natürlich auf jeden fall safe defensive ja auch ja aber ich glaube da haben wir krassere helden die wir da reinbringen können wobei ich sag mal so alva neben diao ran zum beispiel manche spielen das ja auch so dass sie dann versuchen irgendwie mit statuseffekten die minions runter zu kriegen um dann irgendwie drauf zu hauen das nimmt er ja könnte man unter gegebenen in bestimmten konstellationen könnte man es versuchen ja also ich würde es jetzt nicht ausschließen ihn in die defensive zu packen bin aber der meinung dass es da wahrscheinlich trotzdem bessere gibt aber die meta ändert sich auch und vielleicht ist er irgendwann doch ein geilerer supporter auch in der defensive als jetzt zum beispiel das kann alles sein so das heißt guter typ ja den wollen wir jetzt mit zwei beschwörungen haben wir nehmen aber auch jeden anderen der vorgestellt ist Thorben nehmen wir auch Siofra nehmen wir auch Siamara würde ich auch nehmen aber wir gucken mal wir haben zwei beschwörungen es ist nicht mein fokus portal ja mein fokus portal okay mein fokus portal sind die ninjas gegebenenfalls gegebenenfalls ähm opahnhilden weil ich halt schon sehr gerne den schon scharf irgendwie auf Siegfried bin weil ich sehe dass der mir bei Rush mega Probleme macht und bei den Opernhelden kommen auch zwei neue Helden raus und ja ich meine so eine McGeery zum Beispiel oder Daroga die sind schon stark ja ich habe eine zweite Odile liegen ich finde aber auch Odette immer noch cool ich meine jetzt habe ich es drauf mit Odile und Odette aber Odette finde ich auch nicht müssen wir mal gucken ok zwei Event 3 Sterne 4 Sterne kannst ja nicht immer den Jackpot holen ist auch alles kein Problem ist aber nicht mein Fokus Portal deswegen müssen wir das dieses Mal aussitzen da machen wir nichts mehr höchste der Gefühle ich kaufe irgendwas für 5,99 aber das weiß ich auch noch nicht weil ich lege im Moment den Fokus eher wenn ich Angebote kaufe dass ich zum einen Juwelen dabei habe und Alpha Ether Juwelen und ja irgendwas also Juwelen sollten immer dabei sein und dann entweder mit Ätern Alpha Ether oder mit irgendwelchen Ether wo ich weiß die brauche ich demnächst weil ich habe definitiv zwei Helden dergleichen Farbe die definitiv machen werde dann nehme ich da auch was also es kommt drauf an ich kaufe nischenmäßig ich kaufe jetzt nicht einfach so um des Kaufens willen sondern ich gucke wirklich was brauche ich in absehbarer Zeit was weiß ich was ich brauche ist das ein gutes Angebot also ein gutes Angebot nur dann kaufe ich und wenn ich merke das Angebot ist jetzt nicht ganz so geil lasse ich das auch ich habe jetzt auch letztens Alpha Eta da liegen gelassen weil ich es persönlich nicht als gutes Angebot empfunden hatte oder es mir zu teuer war wo die Alpha Eta mit angeboten worden sind weil da irgendein anderer Quatsch dabei ist der den Preis hochgetrieben hat den ich aber nicht brauche dann warten wir es kommen jeden Tag ganz viele Angebote da wird das schon immer so dabei sein aber Juwelen sparen wir für Ninjas auf die habe ich Bock und da wird sich auch erstmal nichts dran ändern Opernhelden ich weiß nicht wahrscheinlich nächstes mal erst irgendwie oder sowas ich habe so lange auf die Ninjas gewartet und deswegen da machen wir mit Juwelen mal gucken was wir bis dahin haben setze mir da keine Richtlinie dass ich bis da und da dann so viel Juwelen haben muss oder sowas wenn jetzt beispielsweise kein gutes Angebot mehr kommt gehen wir mit 28.000 Juwelen rein ganz einfach wenn noch geile Angebote kommen gehen wir vielleicht mit 35.000 Juwelen rein oder keine Ahnung was das wird sich alles alles zeigen alles gemach gemach und ohne stress gut ok dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video vielen dank fürs zuschauen alva ist gut wer ihn kriegt herzlichen glückwunsch und ja bernadette ist natürlich nummer 1 rush tank im moment also wer die auch kriegt auch da herzlichen glückwunsch und generell jeder fünfer wird von mir beglückwünscht ja also fühl dich beglückwünscht wenn du einen gekriegt hast und wir sehen uns dann im nächsten video macht's gut ciao